Sex. Oh, das wird uns eingegossen. Ja, das sieht wunderschön aus. Ich liebe Frauen, ich liebe ihre liebe Art, ihre Herzlichkeit, ihre Wärme. Ich kann ganz anders kommunizieren mit Frauen als mit Männern und daher bin ich am liebsten mit Frauen zusammen. Ich bin Kevin, 42 Jahre alt, ich arbeite als Glühtechniker in leitender Position und nebenberuflich arbeite ich als Callboy. Ich will ihre Wünsche und Fantasien und Vorlieben, zu stillen und deswegen können sie mich als Callboy buchen. In der Regel brauche ich keine Hilfsmittel, natürlich habe ich die auch schon genommen, aber ich kann und bin immer bereit. Ich bin ein sympathischer, ehrlicher, charmanter Gentleman. Ich bin sehr empathisch, sehr einfühlsam und man kann sich sehr gut auf mich verlassen. Ich achte sehr auf mein Äußeres. Ich mache ein bisschen Sport, ich pflege meinen Körper, ich mache Maniküre, Pediküre, ich zupfe meine Augenbrauen. Ich gehe gerne ins Solarium, um für die Frauen attraktiver zu sein und um mich natürlich selbst gut zu fühlen. Also ich nehme auch jede Buchung an, ich habe noch nie eine Buchung abgesagt. Ich bin auch ein Callboy, der keine Bilder vorab von den Damen verlangt. Ich fahre auch auf Blinddates. Stammkunden sind egal, in welchem Job wichtig. Und in meinem Job natürlich auch sehr, weil man gewöhnt sich ja an Menschen, baut eine Beziehung oder Nähe auf. Und sie mag ich sehr. Sie ist eine ganz Liebe. Ich mag ihre Art, ich mag ihr Lachen, ich mag ihre Herzlichkeit. Ich habe auch zum Date immer einen Koffer mit Sextoys, mit Dildos, mit diversen Spielzeugen, Vibratoren. Bisschen was für den BDSM-Bereich und das setze ich natürlich auch mal gerne ein, wenn die Damen das wünschen. Das würde ich jetzt nicht von mir aus ins Spiel mit reinbringen, wenn die Damen das nicht wünschen. Oftmals reicht den Frauen meine Wenigkeit. Wenn ich auf dem Weg zum Date bin, beziehungsweise wenn ich mich fertig mache, bevor ich zum Date fahre, freue ich mich auf das Date. Weil jedes Date ist immer spannend, immer individuell. Und daher ist immer so ein leichtes Kribbeln, wie wenn man zum ersten Date fährt. Mir ist es sehr, sehr wichtig, dass sie sich wohlfühlt. Wichtig ist, dass ich merke, dass sie sich fallen lassen kann. Ich schätze sie als Kundin, weil sie eine bezaubernde, junge, charmanter, liebevolle Dame ist, mit der ich über alles reden kann. Ich arbeite auf Kraftwerken und Raffinerie im Rollhaltungsbereich. Und muss das Material, was geschweißt wird, muss sich erwärmen. Wir wärmen das vor, damit der Schweißer schweißen kann. Und wenn der Schweißer die Schweißnaht geschweißt hat, dann erhitzen wir es nochmal auf 600, 700 Grad, damit das Material sich entspannt. Also wichtig ist natürlich, dass man auch bereit ist, mehrere Tage mal beruflich unterwegs zu sein. Da wir nicht nur Baustellen hier in der Umgebung haben, auch mal außerhalb und man weiter weg muss. Und kann sein, dass man da mal eine Woche auf Montage ist. Man muss halt natürlich nicht davon ausgehen, dass man acht Stunden arbeitet und in acht Stunden wieder zu Hause ist. Dass man dann ein paar Stunden mehr arbeitet und nicht zu Hause schläft. Ja, ich habe einen Einsatz für dich. Ja, prima. Ich muss nach Berlin hin. Da müssen Sammleranschlussnähte geglüht werden und ja, das sind so zehn Nähte. Einsatzdauer gehe ich mal von aus ungefähr sieben Tage. Okay. Ja, ich habe dir den roten Bulli beladen. Steht unten in der Halle, Glühnanlage ist drin. Ja, ansonsten, wenn irgendetwas ist, melde ich mich. Ja, alles klar. Also ich kenne Kevin circa zwölf Jahre. Durch die Arbeit habe ich ihn halt kennengelernt. Und wie nehme ich ihn wahr? Kevin ist, ja, ich sage jetzt mal anders als andere. Also Kevin muss nicht unbedingt jemand sein, so vom Anschein her, dass er im Baugewerbe arbeitet. Ja, also man muss nicht von Äußerlichen oder wie auch immer sagen, dass Kevin irgendwie auf dem Bau arbeitet. Wenn jemand auf dem Bau ist, der hat rauere Hände, sage ich mal. Und Kevin sieht einfach wesentlich gepflegter aus. Als meine Arbeitskollegen oder meine Kollegen im Umkreis mitbekommen haben, dass ich als Callboy arbeite, haben sie sich natürlich darüber lustig gemacht, haben Scherze gemacht und haben gesagt, ach du Quatschkopf, das wird doch eh nichts. Mittlerweile sagen natürlich viele Chapeau und sagen, super, was du da aufgebaut hast. Das hätten wir niemals gedacht. Und ja, und ich wusste, dass mein Ehrgeiz, ich bin sehr, sehr ehrgeizig, und ich wusste, dass mein Ehrgeiz durchkommt und dass ich das, was ich erreichen möchte, auch erreiche. In meinem Hauptjob als Glühtechniker muss ich das Material erwärmen und daher sagen manchmal meine Arbeitskollegen, ich mache das Material heiß und in meinem Nebenjob muss ich die Frauen heiß machen. Und dann ist das immer so ein Wortspiel und dann wird immer viel gelacht. Sie wünscht sich, wenn wir uns sehen, natürlich, dass wir einen schönen, lockeren Abend haben, ganz ungezwungen, ganz entspannt, wie ein ganz normales Date. Die Frauen, die mich buchen, entscheiden, wann sie mich treffen möchten, an welchen Ort sie mich treffen möchten, ob sie es bevorzugen, dass ich zu den Damen nach Hause komme oder ob ich mit den Damen ins Hotel gehe. Ich möchte, dass die Frauen die Location suchen, wo sie ein gutes Gefühl haben und daher ist es mir sehr wichtig, dass die Frauen entscheiden, wo wir uns treffen. Mir ist es sehr, sehr wichtig, dass ich jede Frau, die ich treffe, glücklich mache, dass sie sich wohlfühlt. Wichtig ist, dass ich merke, dass sie sich fallen lassen kann. Ich liebe Küssen. Ich finde, Küssen ist ein sehr wichtiger Bestandteil, wenn man eine Dame kennenlernt, intim mit ihr werden möchte. Wenn es dann harmoniert, gibt es nichts Schöneres, wenn man sich miteinander küsst und so langsam immer intimer wird und dann wird man natürlich erregt. Die Augen, die Lippen, sein Lächeln, ja, das finde ich sehr attraktiv. Frauen lieben meine offene, ehrliche, humorvolle Art, dass ich authentisch bin, empathisch bin, dass ich einfach ich bin. Ja, auf der einen Seite schon liebevoll, charmant, verständnisvoll, aber auch so ein, ja, man muss halt auch irgendwie diese Männlichkeit spüren. Und das, bei Cabin ist das halt, ja, die perfekte Mischung, sag ich jetzt mal. Wir gucken uns die da von außen. Wir wollen hier rein reinpassen, ja? Hallo, Heike. Immer wenn ich in Berlin bin, versuche ich, die Heike und meine Freundin zu treffen. Schön, die zu sehen. Ja, finde ich auch. Alles gut? Ja, bei dir auch? Ja, auf jeden Fall. Schön, prima. Sie ist Sexualberaterin und wir sprechen dann über die Lust der Frau. Sie ist die Theoretikerin und ich bin der Praktiker. Ja, und daher versuchen wir uns dann mal gegenseitig auszutauschen, Verbesserungsvorschläge zu erfahren. Und du, hat er so eine Buchung? Ja, ich war jetzt, ich komme quasi von der Buchung, genau. Haha, super, schön, schön. Also ich merke, dass in meiner Praxis Augen kommen und sagen, oh, der Sex ist schlecht. Und nach anderthalb Stunden stellen wir fest, die Lust, die, also sie kennt ihre Lust gar nicht. Und das ist wirklich erstaunlich. Und dann gebe ich denen immer so kleine Körperübungen mit. Was ist denn für Körperübungen? Ja, zum Beispiel, dass die morgens duschen sollen und ihren ganzen Körper berühren sollen und mir anschließend in der nächsten Sitzung sagen sollen, wo sie ihren Körper am liebsten berühren. Aber wie gehst du denn an die Lust der Frauen? Also wie erkennst du die? Im Vorfeld, wenn ich mit den Damen kommuniziere, reden die über ihre Wünsche. Aber bei vielen Frauen ist das, sie können darüber nicht reden. Erstmal kennen sie ihren eigenen Körper nicht. Zweitens haben sie noch nicht so viel Intimitäten gespürt, wahrgenommen. Weil sie vielleicht ... 20 Jahre verheiratet sind. Genau. Einen und demselben Mann. Genau, genau. Und dann muss ich mich natürlich langsam rantasten. Würdest du sagen, du schaffst es, jede Frau zum Orgasmus zu bringen? Ich denke schon, ja. Also nicht, ich denke, also ... Also ich habe bisher noch keine Frau gehabt, die noch nicht gekommen ist bei meinem Job. Merkst du das immer, richtig? Also bei manchen spürt man das schon, bei manchen merkt man das nicht. Dann sagen die das hinterher. Aber jede Frau ist verschieden, das ist einfach so. Ich glaube auch nicht, dass das unbedingt sein muss, zum Höhepunkt zu kommen. Dass Sex trotzdem wahnsinnig geil sein kann ohne Orgasmus. Und wenn, bedarf es Zeit und Wissen der Lust. Ja, wobei, ich meine, so quick und dirty bringt einen auch zum Orgasmus. Da müssen wir uns jetzt nichts vormachen. Hallo? Das ist immer verschieden. Das ist echt ... Nicht jede Frau kommt gut und einfach zum Orgasmus. Es gibt natürlich verschiedene Techniken. die unterschiedlich sind, wo man zum Orgasmus kommt. Genau, es gibt einmal vaginalen Orgasmus, einmal klitoralen, dann gibt es einmal was squirten. Viele Frauen wissen nicht, dass sie selbst squirten können. Das ist halt eine Technik, die ich sehr, sehr beherrsche. Ich bringe jede Frau zum squirten. Und die meisten Frauen ... Das ist jetzt ja mal wieder ein großes Wort hier. Das ist aber so. Das ist aber so. Also da habe ich schon eine Technik drauf. Das kannst du ja auch lesen überall, wie das funktioniert. Wer sich da nicht dumm anstellt, kriegt das hin. Du hast gesagt, dass du findest, dass deine Finger und deine Zunge viel wichtiger sind als dein Penis. Ja, das ist ja auch so. Das fand ich ein super Statement. Das ist ja so. Viele Männer denken, mit dem Penis muss man alles machen. Und viele wollen nicht die Zunge benutzen, die Hände nicht benutzen. Und wenn, gerade wenn Männer im bestimmten Alter kommen und das funktioniert dann wohl nicht mehr, dann haben die auch gar keine Lust mehr. Die fühlen sich nicht mehr als Mann. Dann gehen wir da durch am besten. Gehen wir rechts rum. Zum Wohl, auf einen schönen Abend. Ich habe mir das lange überlegt. Das war jetzt nicht eine Entscheidung, die ich von heute auf morgen getroffen habe. Ich bin verheiratet und mit den Jahren ist es halt eingeschlafen. Und dann habe ich mir halt gedacht, das kann nicht alles gewesen sein. Und man hatte immer wieder diesen Gedanken gehabt, sollst du es machen, sollst du es nicht machen. Und halt auch schon wegen dem Geld. Also es ist ja nicht billig, sag ich jetzt mal. Es ist ja auch ein großer Aspekt. Und das muss man sich reiflich dann überlegen erstmal. Ich habe mir dann halt immer wieder diese Homepage angeguckt und die Podcasts und Interviews. Und irgendwann habe ich mich dann halt dazu entschieden, ihn anzurufen. Ich denke, das war so nach drei Monaten ungefähr. Ja, er nimmt sich halt komplett selber zurück und guckt nach der Frau. Und das ist halt das, was die meisten Männer halt nicht machen. Die machen ihr Ding, die interessiert es nicht, wie die Frau dabei fühlt oder empfindet. Und Kevin ist da halt, er geht absolut auf die Frau ein und auf ihre Vorlieben und Wünsche. Und für mich, kann man das so sagen, ist es echt das Beste, was ich je erlebt habe. Ja, ist so, wenn man das so sagen kann. Ja, ja, immer gut, da war ich noch dünner. Da hat sie noch ein Sixpack. Ja, ich trinke zu viel. Ja, ich trinke zu viel. Ich sondere keine Kundin aus. Privat habe ich ja natürlich mein Beuteschema. Aber Job ist Job und ja, und ich bin da dann schon Profi, dass ich trotz allem jeder Frau, auch wenn ich jetzt privat sie nicht ansprechen würde, trotzdem Job ist Job und ich würde jede Frau eine schöne Zeit bereiten. Ich weiß, dass es Liebe auf Zeit ist. Ich weiß dann, dass er das beruflich macht und dass er halt jeder Frau dieses Gefühl gibt und dass ich halt da keine Ausnahme bin. Und deswegen, ich kann Sex und Liebe trennen. Wenn man Stammkundin hat, braucht man eine Beziehung auf, weil man sich kennt und sich freut aufeinander. Im Prinzip ist es wie eine Affäre manchmal, aber die ist halt bezahlt. Für die Frauen ist es halt schon schwieriger und über die Frauen wird auch mehr gesprochen. Wenn ein Mann das macht, ist das was anderes, als wenn eine Frau das macht, was ich halt schade finde. Ja, so, was könnten andere Leute von mir denken vielleicht? Also meine Freunde, ich meine, ich bin ehrlich, ich habe das niemandem erzählt. Das ist mein Geheimnis, um mich und auch meine Familie zu schützen, weil ich weiß, dass wenn das rauskäme, also steht eine Menge auf dem Spiel und ja, wird sich mein Mann definitiv von mir trennen. Als Glühtechniker habe ich keine regelmäßigen Arbeitszeiten, dass ich von morgens 8 bis 16 Uhr arbeiten muss. Ich habe Tage, wo ich viel arbeite, ich habe Tage, wo ich weniger arbeite und in diesen Tagen kann ich schauen, dass ich mich mit den Frauen treffe. Wo ich das vorhatte, habe ich meinen Chef gefragt, ob das möglich wäre, wenn ich dem Nebenjob nachgehe. Also ich würde gerne Escorts für Frauen machen, und hat er gesagt, wenn ich das mit meinem Hauptjob vereinbaren kann, dann ist das für ihn kein Problem. Routine ist mir im Leben sehr wichtig, daher gehe ich meinem Hauptberuf nach, dass ich da abgesichert bin und mein privates Leben habe ich natürlich auch routinierte Sachen, die ich tagtäglich mache und weil ich Struktur brauche. Ich bin ein Mensch, der Sicherheit braucht. So habe ich ja meine Rente, in meinem Hauptjob habe ich meine Rente, ich habe meine Krankenversicherung und wenn ich jetzt nur als Kurve arbeiten würde, dann weiß ich, wie lange ich noch gebucht werde. Ich werde älter, das definitiv. Ich liebe den Job, ich mache ihn gerne, ich möchte auch eine normale Welt haben. Ich glaube, wenn ich nur noch als Cowboy arbeiten würde, ich glaube, ich würde in einer ganz anderen Welt sein. Und ich möchte auch im normalen Leben sein und auch in meinem Doppelleben quasi. Klar ist es auf der Baustelle natürlich eine Männerwelt. Ich kenne das, seitdem ich 2006 in diesem Job angefangen habe. Ich könnte mir nichts anderes vorstellen, einen anderen Job zu machen. Arbeiten kann ich im Team, gar keine Frage. Aber trotz allem bin ich schon Einzelgänger, beziehungsweise ich versuche natürlich immer alles selber zu machen. Also auch wenn ich im Team arbeite und ich sehe, ich könnte schneller machen als jemand anders, dann mache ich das lieber selber. Weil ich auf mich, meistens kann ich mich auf mich selbst am besten verlassen. In der Regel wollen die wenigsten sich äußern in meinem Umfeld über den Job als Cowboy, also was ich mache als Nebenberuf. Weil ich denke, das Thema ist einfach noch zu sehr stigmatisiert und in der Gesellschaft noch nicht anerkannt. Hier habe ich meine Ruhe, hier komme ich runter vom stressigen Alltag. Hier kann ich für mich alleine sein, weil ich ja viel mit Damen unterwegs bin und mein Hauptjob auch viel mit den Jungs unterwegs bin. Und so bin ich einfach für mich alleine. Ich habe kaum Freundschaften, würde ich sagen. Ich habe Kollegen schon, aber Freunde habe ich nicht mehr so viele. Ein paar sind schon gestorben, wie wirklich Freunde, die ich schon von klein auf habe. Die restlichen Kollegen, wie ich das immer sage, sind für mich Kollegen, aber keine wirklichen Freunde. Also ich bin da eher schon so ein Einzelgänger geworden, so mit den Jahren. Früher wollte ich immer so viele Freunde wie möglich haben, aber das war irgendwie, ähm, verlässt dich auf andere, bist du verlassen, sag ich mal. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich, ähm, ich brauche jetzt nicht keine großartig, keine Freunde um mich rum. Und ja, ich verlasse mich dann schon lieber auf mich selbst. Als Cowboy ist es mir sehr wichtig, auf meine eigene Körperhygiene zu achten. Und dann auf Gesundheit und auch auf die Gesundheit meines Gegenübers. Weil das ist natürlich auch ein geschützter Raum, den du bietest. Genau. Und auch von den gesundheitlichen Aspekten her. Ich finde auch im normalen, also normalerweise sollte ein Geschlechtskrankheitentest alle halbe Jahr Pflicht sein. Und deswegen empfehle ich jedem, geht zum Gesundheitsamt. Da kann man das für umsonst machen. Und, ähm, so mache ich es auch immer. Ich gehe immer zum Gesundheitsamt und teste mich dann kostenlos. Wenn ich meine Vergangenheit so anschaue, wo ich ein Jugendlicher 17, 18 war, wenn ich überlege, da ging das bei mir auch ruckzuck. Also, also, da, ich würde gerne mal die Frauen treffen, die ich, wo ich, in meiner Jugend, mit denen ich, ähm, geschlafen habe, ähm, um vielleicht nochmal mit denen Sex zu haben. Heute nochmal mit denen Sex zu haben. Weil ich mich damals schon geschämt habe, wenn ich jetzt überlege, ähm, wie schnell das ging. Könntest du dir eigentlich vorstellen, nur mit einer Frau Sex zu haben über Jahre hinweg? Nein, ich würde, ich bin, ich bin, nein. Also, ich bin, 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 also, ich bin kein Mensch, der, nein, ich bin kein Mensch, der monogam lebt. Ich sehe jede Frau, ähm, wertschätzend und, ähm, ja, ich, 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 ich liebe alle Frauen und ich sehe halt in den Augen der Frau, ähm, das Besondere. Was ist denn deine Lieblingskörperstelle? Meine sehr, sehr erregbare Stelle ist mein Nacken, so, also, das ist... Also, auch, wie bei den Damen? Also, wie bei Frauen, Nacken runter, richtig langsam, dann kriege ich sofort Gänsehaut. Ja. Ah, ich freue mich, dass wir uns heute wieder getroffen haben, das ist immer total toll. Ja, ich bin auch wieder froh, mich total zu drehen, ja. Ja, ich freue mich total zu drehen, ja. Im Privatleben habe ich viel Sex, sehr intensiven Sex und natürlich auch mit den Damen, die mich buchen. Wenn ich als Cowboy oder als Escort für Frauen gebucht werde, geht es ja darum, um die Zeit, die ich mit den Damen verbringe. Aber natürlich, wenn es dann um Sex geht, habe ich sehr gerne Sex und ich bin sehr sexdurstig und ich liebe Sex und daher klappt das immer ganz gut mit den Damen. Wenn ich eine Dame privat kennenlerne und es harmoniert total miteinander, dann würde ich sie natürlich gerne wiedersehen, wenn sie mich gerne wiedersehen will. Aber wenn es natürlich beruflich ist, muss man seine Grenzen abstecken, egal wie attraktiv ich die Frau finde, wie sehr ich sie gerne wiedersehen möchte. Da muss die Diskussion bewahrt werden, die Frau ist meist verheiratet und ich entscheide dann nicht, ob wir uns wiedersehen, sondern die Frau entscheidet. Viele Frauen wollen mich auch gerne privat treffen, gerade wenn sie mich dann, wenn sie merken, die Harmonie passt, man mag sich und man kommt mit einer klar, dann sagen viele Frauen, können wir uns nicht einfach so treffen. Und da muss ich halt meine Grenzen abstecken. Privat ist privat und beruflich ist beruflich, weil wenn ich jetzt der Dame privat anbiete, habe ich sie als Kundin verloren. Dann bin ich kein Profi mehr und arbeite nicht professionell. Ich schütze mich vor Gefühle, weil ich Sex und Liebe trenne und ich habe gerne Sex, aber ich möchte mich gerade nicht verlieben. Ich versuche natürlich immer auf die Frauen einzugehen. Wenn ich es nicht hundertprozentig schaffe, muss ich mit den Damen reden. Wenn ich dich anfasse, wenn ich dich streiche. Manche Frauen reden mit mir oder manche Frauen stöhnen und manche Frauen sind ganz, ganz leise. Und wenn die Frauen ganz leise sind, kann ich ja nicht wissen, ob es der Frau gefällt, was ich tue. Da muss ich natürlich viel mehr mit der Dame sprechen, hinterfragen, ob es gefällt. Und viele machen das nicht. Ich sage jedes Mal, Kommunikation ist das A und O. Und wenn man mit seinem Partner nicht kommunizieren kann, dann läuft da irgendwas falsch. Ich habe durch Kevin halt neue Welten kennengelernt, dass man offen über alles sprechen kann, was einem gefällt. Wow. Das ist mega. Danke schön. Zum Beispiel, dass man halt auch ins Swingerclub geht. Und ich meine, das hat immer irgendwo in mir geschlummert. Ich hatte da immer Fantasien für gehabt, auch für Dreier- oder Viererkonstellationen. Also ich bin da sehr offen drin. Und ja, durch die Erfahrung, die ich jetzt machen konnte, hat mich das halt auch nur mehr bestärkt, dass halt das genau das ist, was ich gerne möchte. Seitdem ich geäußert bin, habe ich mich positiv verändert. Ich gehe offener, noch offener als wie zuvor auf Menschen und auf Frauen zu. Und ich habe dadurch natürlich auch mein Selbstbewusstsein gesternet. und ich habe das auch nichts, was ich geheißen. Und ich habe das auch nichts, wenn ich mich killed habe. Ich habe das auch nichts, was ich will. Ciao. Bis zum nächsten Mal.